Jetzt spricht Laura Maria Reiper, 28, Klartext, nach den jüngsten Trennungsgerüchten um die Influencerin und ihren Verlobten Pietro Lombardi, 32, hat sich die zweifache Mutter nun mit deutlichen Worten bei ihren Fans gemeldet, doch nicht nur das. Laura meldete sich am Freitagmittag mit einem für viele wohl doch ziemlich überraschenden Statement bei ihren mehr als 934.000 Instagram-Followern. Denn nachdem sich die Spekulationen über eine angebliche Trennung von Pi erst am Donnerstag überschlagen hatten, zeigten sich die beiden jetzt eng umschlungen auf einem neuen Foto, das Laura in ihrer Story geteilt hat. Auf der Aufnahme hatte sie sich in den Arm des Vaters ihrer beiden Söhne Leano Romeo, eins, und Amelio Elia, rund zwei Monate, gekuschelt und die Augen geschlossen, während Pietro seiner Verlobten einen Kuss auf die Stirn gab. Die 28-Jährige hielt dabei auch ihren Zweitgeborenen auf dem Arm. Das Bild allein wäre schon aussagekräftig genug gewesen, denn das Paar zeigte damit ziemlich deutlich, dass es sich im Unterschied zu den Gerüchten offensichtlich nicht getrennt hatte. Doch Laura wählte zu dem Schnappschuss auch drastische Worte. Wir sind wirklich schockiert, was gerade alles in den Medien verbreitet wird, und dass dabei auch Dinge auftauchen, die nicht richtig recherchiert und wiedergegeben sind, offenbarte die Influencerin und spielte damit wohl auf die jüngsten Spekulationen im vermeintlichen Gewaltskandal um sie und ihren Partner an. Weiter erklärte Laura ihren Fans auch den Grund, weshalb Pai und sie sich nun doch dazu entschieden hatten, sich gemeinsam der Öffentlichkeit zu zeigen, wenn auch nur auf einem Foto. Da die Paparazzi uns auf Schritt und Tritt verfolgen und uns belästigen, um das erste Bild von uns zu bekommen, nehmen wir ihnen das hiermit vorweg, erklärte die 28-Jährige. Konkrete Aussagen zum Vorwurf der häuslichen Gewalt, der seit Tagen gegen ihren Verlobten im Raum steht, machte Laura jedoch nicht. Der neuesten Aufnahme zufolge scheint das Paar sich also trotz zweier Polizeieinsätze, die innerhalb der vergangenen Tage im Hause Lombardi-Reiper stattgefunden hatten, und etlicher gelöschter Fotos wieder zusammengerauft zu haben.